Ja, was geht denn, meine Damen und Herren? Wie ihr sehen könnt, bin ich gerade auf meinem Kanal. Und ja, wenn ihr hier runter scrollt, seht ihr, oh mein Gott, ich hab mich selbst als Freund. Aber wenn man sich dann den Namen einguckt, hm, wer könnte das wohl sein? Ja, ich habe einen Zweitkanal eröffnet. Hab ich hier auch schon, äh, ja, Zweitkanal nicht, nämlich Backup-Kanal. Und auf dem wird fast nichts hochgeladen werden, in den Tagen, wo ich den hab. Weil, ach, ich, ich erkläre es euch, wenn wir auf dem sind. Also wir gehen erstmal drauf. Hier habe ich schon das Intro von meinem Assassin's Creed Brotherhood LP hochgeladen. Und ja, wie ihr seht, eigentlich fast das gleiche Kanal-Design, außer halt hier Backup-Kanal von Spider-Man? Ja, man, what the fuck? Ich sag immer 2009. Ich glaube, ich komme auf Spider-Man, bei hier, hier, ich komme mit den Namen, nein, weil the names already used, the let's play Spider-Man, nicht Web auf Shadows, doch Web auf Shadows, natürlich Web auf Shadows. Ich weiß nicht, ich wollte schon irgendwie sagen, nee, aber... Nämterhin Final Destination, ja, Mann. Ja, ich habe den eröffnet, falls ich gesperrt werde auf YouTube. Vielleicht kennt jemand von euch den Let's Player, den ehemaligen Let's Player The Seeking Guy. Der hat auch Assassin's Creed Brotherhood LP'd und hat dadurch die dritte Verwarnung bekommen und wurde deswegen gesperrt. Und ja, ich habe halt auch heute den ersten Part hochgeladen. Heute wurde der Kanal auch erstellt. Und ja, falls es mir auch passiert, dass ich halt gesperrt werde, werde ich hier weitermachen. Und ja, das ist hier halt nochmal schön aufgelistet, was, wie, wo, wann ist, warum der Kanal existiert, warum existiert dieser Kanal. Jo, also den wollte ich euch nur vorstellen. Ich werde hier irgendwo einen Link drauf machen, dann könnt ihr euch den auch ansehen. Und ja, das war's. Also, falls ihr nix mehr von mir hört oder falls ihr nicht mehr auf meinen alten Kanal Stargamer 2009 gehen könnt, guckt einfach auf Final Destination früher oder später, müsst ihr sowieso darauf. Ich meine, wenn, wenn mein Kanal nicht mehr geht. Und ja, entweder abonniert ihr den oder halt nicht, ist egal. Aber wenn ihr dann irgendwie seht, mein Kanal geht nicht mehr, naja, ihr könnt mich dann hier finden, also, bis dann, bäm.